Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück auf Noveria. Hatte gerade fast den Namen vergessen. Ähm... Oh, halt die Fresse! Schön Sie zu sehen, Inspector. Gibt es Neuigkeiten bezüglich der speziellen Angelegenheit? Ich habe den Job erledigt. Aber ich wurde von einer internen Ermittlerin kontaktiert. Sie möchte, dass Sie gegen Anoleis aussagen. Nun, da Sie mein Eigentum haben, wollen Sie mir vorschreiben, was ich damit mache. Ich habe kein Interesse an einem öffentlichen Spektakel. Jeder auf dieser Station hat unter Anoleis Erpressung zu leiden. Sie könnten ein Held sein. Ohne das Wohlwollen der Direktoren können meine Arbeitgeber hier nicht operieren. Die Direktoren ermitteln bereits gegen Anoleis. Sie werden auf ihn wütender sein als auf Sie. Schon gut. Es ist klar, dass ich es Ihnen nicht ausreden kann. In Ordnung. Ich werde aussagen. Treffen Sie mit Ihrem Kontakt alle Vorbereitungen. Ich werde hier warten. 24 Vorbildlichtpunkte. Wow. Das ist gut. Wow. Ja. Das letzte Mal haben wir ein paar Nebenquests abgeschlossen. Uns aber auch der Hauptquest gewidmet. Und. Ja. Sind dort stehen geblieben. Ja. Wir haben ja mal mit der Hauptquest weiter gemacht. Ähm. Ja. Ich halt. Aber war auch lange mal wieder dringend nötig die Hauptquest zu machen. Wird ja sonst auch langweilig. Und ich habe auch vor die nächsten paar Folgen erstmal mit der Hauptquest weiter zu machen. Also. Ich glaube Feroz wird ja an sich nochmal ein sehr langes Kapitel. Nur wäre er hier ist auch nicht kurz. Wo muss ich eigentlich hin jetzt? Ah. Das Büro. Links. Rechts. Links. Okay. Ja. Und. Ähm. Was wollte ich sagen? Ich habe schon wieder einen Satz vergessen. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe sehr viel Nebenquesting gemacht. Das letzte. Also die letzten Male. Bin sehr viel auf der Citadel rumgerannt. Hat sehr viel mit den Charakteren gesprochen. Und jetzt ist halt auch mal wieder richtig Zeit. Um mit der Hauptmissung weiter zu machen. Nebenquests können wir später noch machen. Die werden ja alle auf der Sternenkarte angezeigt. Diese Quests. Und da kann ich mich dem widmen. Dieses Sammelgas und sowas werde ich nicht hauptsächlich machen. Dann nehme ich halt was mit, wenn es auf dem Weg liegt. Aber jetzt reden wir erstmal mit Diana Parasini. Spectre. Haben Sie über mein Angebot nachgedacht? Keen hat sich dazu überreden lassen, auszusagen. Jetzt bin ich aber erleichtert. Ich werde die Beweise für den sicheren Transport vorbereiten. Ha. Hätte nicht gedacht, dass sie mir helfen. Wo sie doch Inspektor sind und so. Einige von ihnen sind wohl doch ganz in Ordnung. Das nenne ich doch mal Dankbarkeit. Tut mir leid. Ich bin daran gewöhnt, wachsam zu bleiben. Wenn rauskommt, dass ich Ermittlerin bin, behandelt man mich wie eine Verräterin. Während sie Keen bearbeitet haben, habe ich ihnen einen Garagenpass besorgt. Seien Sie da oben vorsichtig. Ich muss jemanden verhaften. Hätte ich doch nur die Zeit, mich vorher umzuziehen. Ich hasse Röcke. Eine Unverschämtheit. Ich sorge dafür, dass Sie in diesem Sektor keine Arbeit mehr kriegen. Ja, ja. Gehen Sie. Sie, Shepard. Ich verlange, dass Sie diese Schlampe verhaften. Sie haben das Recht zu schweigen. Ich wünschte, Sie würden es auch ausüben. Oh ja. Man sieht sich in der Galaxis-Kommande. Ich schulde Ihnen ein Bier. Kommen wir nicht später nochmal auf das Bier zurück? Ey. Das Wetter da draußen sieht grässlich aus. Der Göttin sei Dank, dass es hier drinnen warm ist. Die hier ansässigen Firmen heuern private Sicherheitskräfte an. So ist es für sie einfacher, das Gesetz zu brechen. Kann ich Ihnen auch was klauen? Was bist denn du für einer? Okay. Bist nicht wichtig. Dann nehmen wir halt mal alles. Gibt es hier drinnen noch was, was ich machen kann? Nö. Na gut. Dann fahren wir mal wirklich mit der Story, mit der Hauptmission fort. Wir gehen jetzt nämlich in die Garage und fahren hoch zu Gipfel 15. Irgendwas war da mit 15, aber ich weiß nicht, ob das Gipfel hieß, das Ding. Ich glaube, Gipfel 15 war es. Ich nenne es jetzt einfach mal so. So, ich glaube, die Garage war genau gegenüber und dann dem Gang folgen und nicht hochfahren. Heute war ein ziemlich ereignisreicher Tag, war mal wieder in der Stadt. Hatte mir bei Saturn den 3DS XL in der Samus Edition bestellt. kam gestern raus und heute hatte ich eben Zeit. Ja, Samstag. Und jetzt reden wir erstmal mit dem hier. Ich hörte, der Administrator sei verhaftet worden. Hatten Sie vielleicht etwas damit zu tun? Warum fragen Sie? Ehre, wem Ehre gebührt. Hier gibt es sehr viel Korruption. Vielleicht wird es jetzt etwas besser. Was kann ich heute für Sie tun? Sie scheinen ein Ohr für Neuigkeiten zu haben. Was ist denn hier so los? Da waren die Probleme auf Gipfel 15. Yes. Anolais hat es den IQ schließen lassen. Und eine Matriarchin kam vorbei. Wissen Sie, wo die Matriarchin jetzt ist? Suchen Sie sie? Sie flog mit einem Shuttle zu Gipfel 15, bevor der Kontakt abbrach. Da fällt mir gerade ein, wir mussten nochmal zu Kien. Wie heißt der nochmal? Was für Probleme gibt es auf Gipfel 15? Keine Ahnung. Da tobt ein Schneesturm, aber das passiert öfter. Die Satellitenverbindung brach sonst nie ein. 15 hat es schon immer einen lausigen Ruf. Niemand redet darüber, was da oben vor sich geht. Und jeder, der hingeschickt wird, kommt viel stiller zurück. Was machen Sie hier? Ich bin der Chefmechaniker von Han Shan. Nennen Sie mich Li. Menschen haben Probleme, meinen ganzen Namen auszusprechen. Ich habe ein Team von zwölf Mann. und halte die Shuttles am Laufen. Wie war das mit Syn IQ? Annelies hat Syn IQ schließen lassen. Offenbar wollte er sie erpressen. Das passiert häufiger. Aber dieses Mal wurde er erwischt. Anscheinend wollen die Direktoren ihnen den Natak vorwerfen. Das war es dann. Ich muss gehen. Ich bin hier, falls Sie was brauchen. Ja, und ich muss erstmal nochmal zu Lorikinen fahren. Ja, wie dem auch sei, ich habe mir halt den 3DS besorgt. Hatte gestern schon Pokémon Sonne in der Steelbook Edition. Muss sein. Richte ich heute halt den DSi ein, äh, DSi den 3DS XL ein. Will loszocken, sehe, der Strom wird knapp. Ja, äh, und dann denke ich mir, äh, warte mal, wo war mein Stromkabel eigentlich? Weil ich habe einen DSi XL und das Stromkabel kann ja dafür verwendet werden. Und dann hatte ich die Überlegung, wo ist denn es eigentlich? Dann kam ja, das habe ich verliehen. Ja, jetzt, äh, liegt hier mein 3DS mit Pokémon eingesteckt. Komplett fertig eingerichtet. Und ich kann nicht spielen, weil ich mein Ladekabel verliehen habe. Es kommt morgen mal mein Onkel vorbei und bringt hoffentlich das richtige Ladekabel mit. Weil dem hatte ich das geliehen. Also, meinem Cousin hatte ich es geliehen. Ähm. Weil der seins bei unserer Oma vergessen hat. Ja. Mal gucken, ob es das richtig ist. Miss Parasini hat mich vor ihrem Abflug kontaktiert. Die Direktoren werden mich in Schutzhaft nehmen. Ich denke, dass ich in einigen Tagen aussagen werde. Miss Parasini hat mich vor ihrem Abflug kontaktiert. Ja. Ganz großartige Glanzleistung von mir. Äh. Aber wie gesagt, wir hoffen, dass er morgens richtige Kabel bringt. Weil sonst kann ich lange Zeit nicht spielen. Weil ich komme halt nicht in der Stadt. Also, ich könnte reinlaufen, theoretisch, praktisch, äh, kann ich auch hoffen, dass der Müller zum Beispiel ein Ladekabel hat. Die sind ja nicht teuer. Ich glaube, ich glaube, 8 Euro habe ich gesehen. Ähm. Das Problem ist aber, dass ich immer bis um 5 arbeite aktuell. Grabungspraktikum von 8 bis 5. Das ist halt wirklich auf dem hinterletzten Kuhkauf. Das heißt, ich kann nicht mal in der Mittagspause sagen, ja gut, dann statt jetzt was zu essen, renne ich in der Stadt, um mir Nadekabel zu besorgen. Ähm. Ähm. Ja, jetzt muss ich halt gucken, wo ich ein Kabel herorganisiert bekomme. Ich weiß, das tut jetzt fürs Spiel nicht zur Sache. Der Zugang zur Garage ist beschränkt. Multipass. Ich bin autorisiert. Entschuldigen Sie mich. Ja, der ist echt. Gute Fahrt. Mach keinen Scheiß. Das Wetter im Alleyuts-Tal soll ziemlich übel sein. Danke für die Information. Ja, mit unserem Multipass kommen wir jetzt überall hin. Uh. Was ist das denn? Oh, okay. Hey, sag mal, stimmt irgendwas mit den Texturen nicht? Hoch. Passt. Ultra hoch. Weil manchmal ist das hier ziemlich machig. Ich denke mal, dass die in den Kisten der Materialchen waren. Was zum... Was sind das für Dinger? Ausschwärmen und das Gebiet sichern. Niemand kommt rein oder raus. Was haben Sie hier gemacht, Commander? Die Gate haben uns angegriffen. Wir haben uns gewehrt. Das ist alles. Geht? Sie erwarten, dass ich... Wo sind die hergekommen? Ich vermute, dass sie in den Frachtcontainern waren, mit denen die Materialchen ankamen. Das glaube ich nicht. Die haben wir gescannt. Darin gab es keine Energiequellen. Kein Element Zero. Wenn diese Dinger in Benesia-Samas Containern waren, dann sind da draußen noch mehr. Ich brauche Zahlen, Commander. Ein Dutzend? Einhundert? Wenigstens ein Dutzend. Das sind Maschinen. Die brauchen nicht viel Platz. Ich muss das den Direktoren melden. Wenn die Investoren von herumlaufenden Gate erfahren, geraten sie in Panik. Ja, großartige Leistung, würde ich mal sagen. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwas im Raumhafen noch plündern kann. Weil dieser Container hier rechts sieht etwas verdächtig aus. Na gut, da hätte ich darauf schließen können, dann geht er in der Luft. Ja gut, dann heißt es, ab in der Karre und los gedüst. Oder ist hier oben noch was? Ne. Upgrade Kit. Ab in der Karre und los. Ah. Ich glaube, dass da vorne ist unser Auto. Oder? Komm schon. Ja, das ist der Marco. Aber ich wäre sehr gerne mit dem Ding dort hinten gefahren. So, noch einmal. Noch einmal schnell speichern. Und jetzt geht's los. Gefahren Stufe 1. Ab auf die Oberfläche von Noveria. Eigentlich ein ziemlich schön auf Planeten. Also ich bin jetzt kein Freund von Winter und Kälte und so. Also ich mag es über kühl als zu heiß. Aber ich muss sagen, so die Planetengestaltung hier ist schon echt nie weiß. Also wäre dieser Bunker dort nicht so übel hässlich aus Beton gebaut. Wäre halt irgendwie schöner gebaut. Anließe sich dort auch aushalten, muss ich sagen. Guckt euch das mal an. Das ist so eine schöne Landschaft hier. Oh, wäre ich frostresistent, dann würde ich hier so gerne rumstromern. Alles erkunden. Oh, das wäre geil. So. Schnell ausgestiegen und schnell eingestiegen. Und den Sniper-Modus gewechselt. Und den Sniper-Modus gewechselt und weggebombt. Level Up. Sehr schön. Okay. Halt, dann verteile ich erst mal das Level hier schnell. Uhu. Ausrüstung. Stimmt, haben wir auch mal. Aber es ist halt mieser Technikschutz. Skorpion 4 haben wir hier. Das ist Schrott. Also alles andere hier war Schrott. Sprengstoff. Was habe ich hier drin? Sprengstoff 3 oder Watt. Was habe ich denn drin? Sprengstoff. Sprengstoff 3. Wie es scheint. Na gut. Verbessertes Visier 2. Kann ich denn so. Großkaliber Lauf 3. Ja gut. Ist egal. So. Dann was nehmen wir mit. Erste Hilfe. Und präzise. Erweiterte Erste Hilfe hat Yara bekommen. Überlastung. Gareth auch erweiterte Erste Hilfe. Und Elektronik hat er freigeschaltet. Dann können wir mit Gareth auch Elektronik spielen. So. Ich will diese komischen Schilder ausschalten. Und versuchen sich nicht von den Raketen treffen zu lassen. Au. Das tat weh. Wow. 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 Ah da links. Und abtauchen. Und auftauchen. Und nochmal abtauchen. Und weiterfahren. Erstmal schnell. Scheiße. Wenn wir nicht gehen. Noch mehr Gegner. Schnell aussteigen. Das hier. Einkassieren. Und wieder einsteigen. Schnell speichern. Sehr gut. Und eine kleine Katze. Oh nein. Diese geht angrisstürmer. Äh wie die Dinger heißen. Die gehen mir auch immer übel hart auf den Zünder. Die gehen mir auch immer übel hart auf den Zünder. Die gehen mir auch immer übel hart auf den Zünder. Dahinter steht noch einer. Und jetzt nicht mehr. Eine abgeschlossene Kiste. Oh nein. Oh Gott. Sehr gut. Oh komm schon. Sehr gut. Werde ich hier jetzt schon unter Beschuss genommen von Nordrögen? Das war es aber glaube ich mit den Angriffen von dort drüben. Jetzt für den Moment. Einmal schnell nochmal speichern. Und weiter geht es in den nächsten Abschnitt. Wir sind hier. Und wir müssen hier hin. Ja ist glaube ich auch wieder so eine Bereichsaktion. Das lieben die hier irgendwie in Mass Effect 1. Wenn ich daran denke, was alles noch kommt. Ich hoffe, dass ich die ganzen Entscheidungen und Dialoge nicht verkacke. sage ich beim ersten Durchspielen einfach so intuitiv gut gelöst. Aber weiß nicht, ob ich es jetzt beim zweiten Durchspielen genauso intuitiv gut löse. Wow. Wow. Die kam nah an mich an. So. Das Medi nehmen wir natürlich an uns. Das hier ist Gipfel 15. Glaube ich damit. Ja, ich weiß. Ich behaupte erstmal irgendwas, bevor ich weiß, was es eigentlich ist. Sieht schon cool aus, muss ich sagen. Hey. Hey. So. Mal gucken. Okay. Hier ist der Weg frei. Ich glaube da vorne in der Ecke kommt nochmal was. Na, da sehen wir schon auf der Medi-Karte. Oh, da ist wieder so ein Gebturm, wie es scheint. Ein Kampfläufer. Heißt ein Kampfläufer? Ich weiß es nicht. Daumen. Ne. Ist ein Kampfturm. Aber den haben wir auch sehr souverän ausgeschaltet. Was der hier umspringt. Meine Fresse, was der hier umspringt. Weil darunter möchte ich jetzt kein Abmeng machen. Gott, ist das cool hier. Nein, der Wort wird zwar nicht beabsichtigt, ich finde es wirklich ziemlich cool hier. Ich weiß nicht besser, je mehr ich darüber rede. Wow. Entspann dich, mein Güte. Liebes Auto. Von wo? Von wo? Von da? Und die Geht verstecken sich dahinter. Natürlich. Schnellspeichern fehlgeschlagen. Schnellspeichern fehlgeschlagen. Um. Um. Ah. das ist immer noch auf die vier und nicht auf der 1 schild boost achso ne habe ich nicht freigeschaltet geht so jahre steht mal bitte wieder auf diese komischen g titan ja völlig vergessen die sniper ist immer noch auf der vier mann meine fris so 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 erstmal ja dann versuchen in anderen organe wegzuschneiden und auch er ist hinüber warnung alle gipfel 15 einrichtungen haben große schäden zu verzeichnen gefährliches biologisches material ist in der gesamten einrichtung präsent die benutzeroberfläche der virtuellen intelligenz ist offline wir müssen die reaktoren wieder einschalten klingt nach plan doch diesen plan wenn wir erst in der nächsten folge umsetzen denn diese folge ist schon wieder vorbei und ich hoffe es hat euch gefallen ich finde der planet ist super cool ich hoffe er hat euch genauso gut gefallen wie mir ich bin super begeistert davon und wünsche euch noch einen wunderschönen tag bis dann